Was war denn jetzt schon wieder los, ja? Wieso bist du jetzt zweimal im Teamspeak? Hallo erstmal und herzlich willkommen zurück bei Creativerse. Wir haben jetzt gerade so leichte Probleme, glaube ich. Hallo? Ja, hallo. Ich höre euch. Ja, aber du bist zweimal im Teamspeak. User in your channel timed out. Jetzt nicht mehr. Oh, okay. Wieso passiert das in meinen Teamsfolgen? Ist das schon mal aufgefallen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich gerade gewundert, warum Steam lädt, also das Video, was ich mir gucke von dir lädt. Und dann war ich auf einmal im Connection Lost bei beiden, bei TS und bei Steam und dann war ich wieder drin bei TS und Steam läuft auf. Hier steht doch gerade, die Verbindung von Little Miss Louise wurde unterbrochen. Ja. Egal. Solange es jetzt funktioniert, können wir jetzt, können wir, dann mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Creativerse. Ich bin der Donnerstag, da ist der Dienstag und der Samstag ist am anderen Ende vom Teamspeak. So, können wir jetzt endlich... War das hier runter? Keiner, ja, das war da runter. Merk mal meine Euphorie gerade an, die ich habe. Ja, wo ging es denn dann weiter? Gut. Da, hier, runter. Und dann da, runter. Also, ich mache jetzt nichts mehr am Webtoll. Also, ich... So, wir müssen jetzt schon das Zeugs nehmen, ne? Ne, später, wenn es krasser wird. Wo bist du? Ich bin hier vor dir. Hallo, ich bin schon unter... Ach, du bist... Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich bin auch hier vor der... Ich bin hier Ninja, ne? Ninja. 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 Guck mal, da ist schon Lumit. Ja, ja. Hast du Steine mit, damit wir uns runterbauen können? Natürlich nicht! Ich auch nicht. Das ist sehr gut. Was heißt das? Teleport! Okay. Ich denke, wir können hier mal so ein bisschen rumbasteln, ne? Mono vergiftet ist aber echt verdammt schnell hier. Äh, warum ist denn hier ein Gang? Wo ist denn hier ein Gang? Da ist ein Gang? Hier ist ein... Hier ist es Diamanten. Wer war... Ja, die hättet ihr das letzte Mal so gefunden. Echt jetzt? Ich hab den Gang ausgebaut, damit ihr immer mal die Diamanten abbauen könnt. Ja, dann mach ich das jetzt. Alter. Wie schnell... Alter, nimm die Poisen. Ah, und sofort weg! Das ist gut! Und du bist 10 Minuten geschützt. Ja. Jaaaa! Dann müsst ihr jetzt aber wirklich das Fakka ranhalten. Was ist? Den Boden bitte nicht wegbauen jetzt. Wieso? Geht's weit runter? Ja. Tut es. So, Diamanten werden abgebaut. Cool, ey. Das ist richtig geil. Du bist komplett geschützt jetzt. Das ist richtig geil. Für 10 Minuten. Für 10 Minuten, aber das reicht ja. Ja, aber 10 Minuten Schutz haben oder nicht haben. Kannst du ja wieder neu machen. Jaja. Das ist cool. Oh geil, was ist das denn? Corrupted Leafs. Ach, diese Welt ist ja... Komplett... Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Nein. Warum? Was denn? Ich hab keinen Handschuh mehr. Nee, oder? Doch. Gar keinen Handschuh mehr? Aber der baut hier ganz gut ab, ne? Nein. Ich habe keinen Handschuh mehr. Oh. Was brauch ich denn für 9? Für viel. Ach Gott, Eis. Ah, das Problem hattet ihr letztes Mal schon. Haben wir 8x1? Bidibidibid und 6 macht 9... nein. Ja, schön. Du kannst hier keinen Diamond Cell... Mining Cell machen. Nein, das ist leider das Problem hier. Den brauch ich aber hier. Hm. Weil mit dem Eisen-Ding kann ich, glaube ich, hier nix abbauen. Zumindest keine Diamanten, oder? Nee, Diamanten kannst du mit den Exhalatoren abbauen. Nee, richtig. Kein... wie heißt das? Kein Lava, oder nicht? Oder dieses Lava-Gestein? Und hier dieses Gestein, dieses Corrupted Dirt und diesen Corrupted Stone. Ja, das ist echt. Scheiße. Hast du jetzt ein wenig Probleme? Fuck, 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 fuck. Wo finde ich den jetzt auf die schnelle Eis? Ah, wir müssen diesen Eisspender noch bauen. Eisspender? Ja. Ja, ich glaubte das. Nein, den hat Martin heute für uns gebaut. Das war jetzt sehr gut. Du bist parallel runtergefallen, als ich weggeportet wurde. Alter, 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 ich bin tot. Ja, das tut mir sehr leid. Warum bist du tot? Weil die hier unten die Viecher sind. Alex ist da runtergefallen. Deswegen hat er geschrien. Richtig, deswegen hat er geschrien. Ja, aber deswegen bin ich ja nicht gestorben. Ich hatte ja noch ziemlich viel Energie. Aber die Viecher, die da unten sind. Die Viecher sind heftig da unten. Joop. Ah, es sieht so schön hier aus. Achso. Scheiße. Ich brauche Eis. Für keinen Weg dran vorbei. Ich brauche Eis. Schnee haben wir. Schnee. 104 Schnee. Oh Gott. Ist ja wohl ein Witz. Das ist doch mal... Schnee ist einfach. Ja, Schnee ist einfach. Aber wo finden wir denn jetzt auf die schnelle Eis? Also hier hätte ich Wasser. Wasser. 89 Wasser. Wasser. Was ist denn, wenn wir das Wasser mal mit hinnehmen und oben auf den Berg gehen? Ja, mach doch. Mach doch. Das stimmt, wenn du da Wasser oben auf den Berg drauf machst. Warte, ich nehme mal den Schnee mit. Ich nehme mal den Schnee mit. Den Schnee im Sommer. So. Komm, nehmen wir alles mit. Und dann könnte ich ja theoretisch was bauen. Die Höhren oben auf dem Berg. Fuck, die bleiben da stehen. Ja, die hauen nicht mehr ab, die blöden Viecher. Auf welchen Berg gehen wir denn? Am besten einen, wo Schnee oben ist, ne? Ne, mal bei Vorsatz, aber nimm einigen Cell mit. Wie die ihr noch habt. Hey, Grafikpack. Cool. Oh. Da sieht man eine Höhle. Das finde ich nicht so cool. Was sieht man? Da sah man eine Höhle. Das finde ich nicht so cool. Sieht aus wie ein Lino. Cool. Hey, den kann man sogar ohne Handschuhe abbauen. Was? Ach ja, stimmt. Eine Mining Cell sollte ich mitnehmen, ne? Ähm. Hab ich gerade gesagt. Aber welche? Die, die am nächsten. Oh, gleich. Neun Handschuhe. Scheiße. So viel zum Thema Höhlen wohnen, cool. Ähm. Ich versuch's einfach mal so. War schon. Ich hab da überhaupt nicht mehr drauf geachtet, auf diesen scheiß Handschuhe. Alter Falter. Ja, aber Diamond hattet ihr ja gesagt, dass das wirklich lange braucht, aber da unten? Hier? Ja, da unten geht das ratzfatz. Hier? Ich budel mich mal einfach mal hier rein. Mach das. Vielleicht haben wir ja Glück, dass eine... so wie alt Ader hier irgendwo ist. Alt Ader? Ja, das... Alt Ader. Das wär natürlich geil, ey, wenn man... Alter Ader. Wenn du jetzt, momentan, du... nur mitfinden würdest. Ja, mein... mein Diamant-Handschuhe ist eh gleich weg. Guck mal, da hinten jetzt... Ha! Fall nicht. Bin ich. Mö. Ah, scheiße. Da ist ganz viel Schnee. Schnee. Ich nehm nicht so viel. Schnee, klar. Schnee. Nein! Was? Da geht's weg ab. Hab ich's gemerkt. Gut. Teleportation zum Neo. Teleportation. 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 Das doofe ist, wie kommen wir denn jetzt da... gleich wieder runter? Äh... Fuh? Wie ihr vorhin runtergegangen seid. Ne, ne, das war... Schnee kann man auch ohne Handschuhe abholen. Also Schnee kann man auch ohne Handschuhe abholen. Das ist doch schon mal was. Das hat schon mal... Das hat schon mal... Das hat schon mal Vorteil. Jetzt ist nur die Frage, gibt es hier Eis? Guck mal, da drüben ist Eis, glaube ich. Wo bist du denn? Ähm... Hinterm... Hinter diesem... Jenseits des Pimmelberges. Jenseits des Pimmelberges. Oh, Eis! Wie schön! Eis, Eis! Ich weiß... Ich weiß, wo wir gestorben... Wo ich gestorben bin. Na toll. Das ist schön. Du brauchst auf jeden Fall eine Stein-Mining-Zelle für... Scheiße! Ja... Ähm... Bist du grad auf dem Weg zu mir? Ich... Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich seh dich mit mir nicht. Kannst du eine Stein-Mining-Zelle bauen? Du kannst kein Eis abbauen. Wo bist du denn? Ich weiß. Du bist 10 Sekunden versetzt. Eis! Was sagst du euch trotzdem? Wenn du... Wenn du... ... an unserem geilen... ... Turm... ... bist. Oben. Auf dem Berg. Moment. Ich wollte grad sagen, wink mal. Vielleicht sieht er dich. Ach Gott. Diese Frau. Ach Gott. So, links ist jetzt von mir der... ... Turm. Und dann Richtung... Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal nach rechts. Ach, da bist du. Hast du eine Stein-Mining-Zelle? Oder kannst du das Eis hier abbauen? Ähm. Ja, ich hab eine. Weißt du, wo die ist? In der Truhe, ich weiß. Ne, ne. Die ist bei mir in der Urne. Wo wir jetzt nicht rankommen. Was... Kannst du denn... Kannst du denn Eis abbauen? Ich hab doch nichts. Du hast doch bestimmt einen Handschuh, oder nicht? Nein! Du auch nicht mehr. Ne, aber ich hol jetzt eben einen. Warte. Zwei Chaoten und die Truhe. Ich würde mal sagen... Ja. Wir wissen, wie wir diese Folge nennen, ne? Ja. Warum? Du bist doch als erstes da hingegangen, ohne alles. Warum? Ich hab dir gesagt, nimm was mit, aber du hast ja nicht gehört. Ich bin aber nicht gestorben. Alter, was ist das? Trotzdem bist du ohne West losgelaufen. Hast du schon mal gesehen, wie teuer die Tücher sind? Was tut da? Hast du dir eine Eis fest, du? Ja. Hast du eine Schneefestung? Magnetite, Bedwalk, Stone Slap, Obsidian. Let it go. Let it go. Perfekt, Alter. Was? Perfekt. Was? Es funktioniert? Ich habe gerade Eis erschaffen. Cool. Merkst ihr, wie es geht? Es funktioniert. Ja, total einfach. Dummer Schnee, Teure, Wasser. Richtig. Zack, haste sechs Eis. Cool. Jetzt brauche ich nur noch, wie ich hier das Eis abbauen kann. Ach, wir haben keine Clown Mushrooms mehr. Ja, das ist... Kann man das nicht ändern? Ähm, was wolltest du denn bauen? Eine Stone Mining Cell, oder? Nee, ich wollte eine Iron Mining Cell. Nee, geht nicht. Nee, da musst du... Dann mach doch... Für Eis brauchen wir nur eine Stone Mining Cell. Ja, aber ich kann auch Obsidian Mining Cell machen, wenn du möchtest. Ja, mir ist das egal. Dafür haben wir alles. Ja, dann mach zwei Stück. Hätte gerne Diamant, aber... Nein, ich wäre halt dafür, dass du nur eine Stein Mining Cell machst, damit ich hier das scheiß Eis abbauen kann. Ja, aber mit Obsidian geht das ja auch zum Glück. Ja, Obsidian ist halt besser, aber Obsidian ist doch wieder teurer. Ja, aber ich habe doch alles dafür, und zwar einen Überfluss. Ja, ist gut. Bitch fight, bitte. Das ist gut. Äh, was brauchen wir denn jetzt? Außer Stone Strap, die habe ich nicht hinüberflossen. Zwei. Ja, dafür brauchen wir doch nicht so viel, oder? Zwei. In der Truhe müssen noch welche drin sein. Was brauche ich denn noch? Ah, okay. Bad Rock und Magnetite sind ja woanders. Aber ist ja kein Thema, ich kann das ja nachbauen. Hui, auf Eis kann man nicht rutschen. Nein! Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Teleporter. Wat ne... Wat ne... F... F... Erleuchten? Ist schon gut, ich habe... Welcher Teleporter? So, machen wir noch ein bisschen mehr Eis. Oh, fuck. Boah geil. Boah geil. Fisch. Du musst ja doch nicht mal irgendwas bauen. Du brauchst einfach nur, ähm, Wasser hier auf den Schnee kippen. Dann friert er sofort hier oben. Das ist aber ganz viel Eis. Ja? Wenn du dich beeilst, kriegst du auch noch was ab. Ich baue erstmal hier und sah hier, ähm, Obsidian-Handeln. Ja? Okay. Ja. Richtig geil. Mit dem Eis. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr großartig was bauen, sondern einfach nur noch hier oben können wir uns dann, was weiß ich, so ein, keine Ahnung, so eine Form bauen quasi, wo wir dann immer nur Wasser reinkippen. Let's snow. Let's snow. Let's snow. Let's snow. Zack. Let it snow. Let it snow. Und Eis. Der Neo spielt Frozen nach. Ja. Let it freeze. Gott. Let it freeze. Gott. Was denn? Ja, ist Elsa. Nein, ich bin Olaf. Ohhhh. Ich wälze mich jetzt ein bisschen im Schnee, dann sehe ich ihm ähnlich. Wie knopig. Du fiffst mir nur noch die Karotte als Nase. Willst du eine Karotte mit? So, mein lieber Herr Gesangsverein, ich hab dir eine Obsidian-Mining-Zell mitgebracht. Oh, du bist so gütig. Äh, gemacht. Bist du auch gar nicht da. Weißt du, ne? Wenn Frau klug schießt. Jaaaa. Richtig. Klug schießen. Äh. Und das hat trotz 10 Sekunden verzichtet. Naja, der Team ist... Sollte sich ein bisschen weinen, wir wird kalt. Wir werden langsam etwas sehr, sehr kalt hier. Er kriegt einen kalten Popo. Ja. Ich hätte jetzt beinahe was anderes gesagt, aber ja. Ach, ich bin grad mal Pimmelwerk und so. Ja. Dann wird auch kalt. Wo bist du denn da? Ich bin doch schon... Hier hoch. Da. Hier. Wo es hüpft. Wo es hüpft. Wo das viel Eis ist. Was ich hier, komischerweise, wie aus dem Nichts vor meinen Augen, äh, erschaffen wurde. Hey, ist das ein neuer... ...dead grass? Nee. Uh, ist das kalt. Nein, nein. Ja. Deswegen. Ich fühl mir grad voll den Pimmel im Arsch. Gib mir diese scheiß... ...Zelle und dann ist schick. Dann kann ich dir das Eis nämlich abbauen. Dann können wir uns... Kann ich dir auch einen Diamant-Handschuh machen. Uaaaah! Ich lass das mal abbauen? Ja, Vorsicht bitte. Kannste gerne machen. Wie gesagt, dann müssen wir uns nur eine Form bauen aus Schnee. Ne? Dass das Wasser halt nicht überall überall runter läuft. Aber es kippiert doch direkt, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Es ist einfacher, wenn du das jetzt zum Beispiel, wie du hier jetzt hast, dass du einfach nur immer Wasser draufkippen musst. Ja, okay. So. Und wenn du da jetzt Wasser rein kippst, dann friert das. Ist voll geil. Dann ströme mal rein. Guck. Bis auf. Binkel. Zuck. Und Eis. Eis. Voll geil, oder? Eis. Da müssen wir eigentlich mal so einen Teleporter hier hinbauen. Ja. Wieso mit... Welcher? Wieso welche? Wir können doch selber welche bauen. Ach ja, stimmt. Richtig. Da müssen wir ja nicht unsere extra Teleporter für benutzen. Aber jetzt mal so im Ernst. Bleibt das nicht irgendwo auch? Irgendwann. Das bleibt... Das schmilzt, ne? Wenn wir das jetzt woanders hinbauen, das Schneeding, ne? Der Schnee bleibt, aber das kann sein, dass das Wasser dann nicht friert. Weil das zu warm ist. Ja, weil ihr seid ja jetzt höher. Richtig. Weil jetzt ist ja hier die Umgebungstemperatur dementsprechend kalt. Und deswegen friert das hier sofort. Du hast es doch bei euch unten mal probiert, oder nicht? Hm. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Und bei ihm hat es... Hat es ja funktioniert. Ja, mit Eis. Ach so, ja gut. Aber wenn das mit Eis klappt... Ja, mit Eis. ...ja dann... Dann lass uns das doch so machen. Das können wir machen. Weil... Dann brauchen wir nicht hier hin und her und so, ne? Dann können wir... Ja, komm. Gut, dann machen wir das so. Gut, dann machen wir das so. Ja, nicht mehr. Okay. Denk dran, du bist 10 Sekunden versetzt. Ich weiß. Gut. Ich ärg' euch trotzdem. Au! Oh, doch nicht. So. Dann haben wir jetzt Eis. Dann kann ich jetzt endlich die Diamant-Dinger bauen. Tudi Ops-Idean hat Mining-Cell aber nicht zu weit weg. Nein, die kommt irgendwo schön in die Kiste. Hier im Turm. Im Turm. Und ich will meine... Ah ne, sind gar keine Kisten drin. Im Turm nicht, aber im Pixi. Stimmt. Im Pixi sind Kisten drin, aber da habe ich jetzt kein paar Grund dazu. Du bist doch eh hier hin, ne? Wo bist du denn? Ja. Ich bin rechts rum. Ich bin rechts rumgelaufen. Ich bin links rumgelaufen. Und bin jetzt bei Martin auf dem Haus. Guten Tag. Hallo Martin. Ich auch. Ich laufe jetzt ins Lagerhaus. Wieso, du hast mir die Tütsen gemacht, nicht ich. So, wot wie neat ist Lava. Lava, Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Lava. Lava, Lava. nicht und mann im Moment in der Partie mussten Turmalin Sto das ist nicht ein Tier Turmalin die Gäste und hier ist die Lieblingswahl die Kuhnmacher dieser als Arme wussten wo sind dieses blöde wo sind dieses blöde Ding Ja, ich glaube, das hat noch keine Bezeichnung. Super. Das heißt also, es kann überall drin sein, ja? Ja. Jupp. Das ist toll. Ich dachte, du bist hier. Danke. Ja. Wo? Hier. Hier, 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 hier. Hinten? Hier, da, da, da. Da, 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 da. Da muss ich liegen. Na oben links. Danke. So, dann brauchen wir noch Iron Slap, war mir so knapp. Achso, bevor ich jetzt weitergehe, was wollen wir noch dafür? Alles klar. La 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 la. An der Nordseelüste. Rampampampampampampamp. Da. Nein, du, drei, vier. Vier. Nein! Hä? Doch. Was muss man da nochmal führen? Ihr bringt mich hier ganz raus. Acht, okay. Acht, neun. So, ich hab guck. So. Watzekack. Watzekack? Wo packen wir jetzt Eis hin? Wo sollen wir das denn mit dem... Ja, das fand ich mir auch gerade. Im Kühlschrank. So, und das können wir doch hier machen. Geht das hier? Essen. Weißt du, was? Lass uns das doch hier machen. Oh. Stimmt. Und hier ist ja keine Lampe. Lampe. Wo ist das langsam? Achso, bevor ich es vergesse. Hm. Was? Tatatataaa. Tattatatatam, dimdall. Balimbalim. Geh' na da. Es ist nur nicht wie tief, aber ich glaub das ist egal. So dass eine Wanne entsteht. Japp. Dann sag mir, wann ich das Wasser... Den, 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 den das Eis reinpacken kann. Ihr baut euch euren eigenen Kühlschrank. Soll ich? Den, den das Eis reinpacken kann. Mach schon. Balimbalimbalim. Ja, es ist gerade egal. Okay. Ist egal, Timer. Wir können aufhören. Mal überlegen, den hinten vielleicht noch ein bisschen größer machen. Mehr Wasser. Damit hier ein bisschen mehr Wasser rein kann. Wascher. Mehr Wascher. Wascher, wascher, wascher. So. Ach, da oben fehlt nur noch Eis. Ja, aber da mach ich. Da oben müsste noch Eis rein. Nur nur so, ne. Ja, ja, das reicht. Dann teste ich das mit dem Wasser, was ich hier habe. Wasser, was ich hier habe. Plupp. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Funktioniert ja super. Das ist Schnee, was oben drauf ist. Hey, das ist Eis. Ne, das ist Eis. Das sehen wir, wenn wir das hier so machen. Dass das doch zu wenig ist. Ich glaube, das muss von... Das weiß ich noch nicht. Mach da mal bitte ein Eis noch rein, da hinten jeweils. Habe ich ja so ausgehöhlt. Das sieht so hell aus da oben. Ich würde ja lachen, wenn das jetzt ne dauerhafte wäre. Warum friert denn das nicht? Ist das nicht kalt? Anscheinend nicht, ne? Guck mal. Ha? Doch, es friert, es dauert ein bisschen. Ja, weil es nicht kalt ist, gell? Nicht kalt. Es ist nicht so kalt. Yeah. Nice, ey. Können wir den doch eigentlich auch breiter machen, ne? Oder würdest du den so klein lassen? Meinst du, das reicht? Wir brauchen nicht so viel, ne? Oder würdest du den größer haben? Wir können ja noch ein bisschen... Ne, dann lassen wir den Kühlschrank jetzt immer so. Ne, so viel brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir da noch mal Wasser rein. Dann kann hier ein bisschen voll laufen. Dann ist es schick. Geil. Funktioniert. Da packe ich ein Diamond rein, das Eis, ne? Ähm... Wo packen wir Eis rein? Weil brauchen... Brauchen wir ja im Endeffekt dafür. Ist mir egal. Eben. Diamonds are forever. Shine bright like diamond. Yeah. Shine bright like diamond. Ella, Ella. Cool, cool, cool. Ella. Ella? Die, 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 die. Who the fuck is Ella? Who the fuck is Ella? Who the fuck is Ella? Was? Wie soll ich jetzt auf dem Adobe Brick sind? Weil du abgebaut hast. Weil du abgebaut hast. Das war doch da drin. Ja. Ja. Krass ey. Ja, erinnere euch dran, dass ich gewimmelt hab. Bist du. Ach ja, richtig. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Dann danke fürs Zuschauen ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne wieder ein Däumchen nach oben da. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder bei einer neuen Folge von... Danke. Little Miss Louise hat mitgedacht. Oder was Falsches sag ich wieder. Bis Samstag. Macht's gut. Tschüss.